Okay. Gut. Corinna! Boom! Wie schlecht! Bitte! Die Waffe ist einfach zersprungen. Ach dammit! Good game! Nein! Okay, nochmal. Was ist passiert? Wo ist die Waffe? Genau! Daniel so, ja ich hab die Waffe! Waffe von der Mann! Skaten! Was ihr wisst! Was ist die Waffe? Drei, zwei, Udo! Dixi, Dixi, Doxi! Bitte! Danke Daniel! Noch mal! Danke Daniel! Hör mal auf, Junge! David, yeah! Wenn wir einfach nur hier sitzen. Good game! Das war voll... Das war voll unfünftig! Das war voll scheiße! Noch mal! Hör auf! Ich weiß! Ich weiß wie geil ist! Ich speck mir deine Mom! Bitte! Toll! Nein!